Geil! Oh Gott! Also ich versuch dir mal durch die Beine zu schießen, ja? Hast du Schaden gekriegt? Nee, er war ein zocken Schiss. Das ist relativ safe. Was ist denn jetzt passiert? Alter! Was macht ihr denn da mit mir? Guten Tag! Schön euch zu sehen! Bleibt ein Weilchen und hört zu! Kommen wir runter. Okay. Warte, warte, warte! Oh Gott! Hallo! Vorsicht! Vorsicht! Wie gut sich das ausgegangen ist! Warte mal, kann ich da reinspringen? Ja! Halt dich fest! Ich versinke im Dreck! Geil! Jetzt hier! Sieht komisch aus! Ach du! Ach hier! Ah, kann ich doch alle aus dem FF! Ficken, ficken! Oh! Da ist er auf! Okay! Ja, ja, ja! Wie das aussieht! Ich bin so ein bissl... verdreckt! Ach Gott, das sift mir in den Bademantel! Das krieg ich doch nie wieder raus! Wollen wir hier wieder hoch eigentlich? Ich dachte, wir sollen ein bissl auch noch rumfahren! Ja? Oder? Oder? Eigentlich müssten wir hier hochkommen! Ja! Weil wir hättest hochkommen können! Ja! Siehst du denn? Ist der denn weg hier? Ja? Siehst du denn weg? Weg kennst du? Weg, weg, weg! Weg! Ich muss mich jetzt hier hochmühen wegen dir! So, siehst du, schon bist da oben! Bums! Nicht schlecht! Wie er da aufsteht! Guck, guck! Guck, so ne Eule raus aus'n... ...Bagger! Ah! Ah, ist da kurz wohl auch wieder aufgeschmiert! Bechem! Aber holt die Sauberche einfach, ne? 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 Schneller noch! Forts, komm! Ne, die Karre liegt da noch um ihr Dings von Kenny hier! Willst du mitfahren? Ne? Ok! Kenny? Bin noch gar nicht da! Ne, ich mein ja dich, Valvo! Mein Gott, ne! Ich bin der Hater! Du bist auf mir drauf immer noch! Ja? Naja, und ich dachte, du wolltest mit Kennys umgekippter Karre fahren! Ne! Die... Hat er ja alle Tage hinter sich! Genau wie der! Jetzt kommt ein großer Bimbo! Und... Drei kleine Ficker! Puh! Wir müssen da runter, was? Oder? Oder? Der war besoffener mit mir schlecht! Da rehe ich gleich in den Kübel! Ok. Hm. Knapp ist der Kanzler! Erster Kaaaaa! Werden wir ihn bekommen! Hhm! Puh! Echt! Puh! 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 Puh, Puh! Puh, Puh! Puh! mit einer von euch einen Platten geschossen? Oh Gott, ich bin... Oh Mann, ich wollte nach außen gucken und bin während der Fahrt ausgestiegen. Ich habe mich in einem anderen Rennspiel auf Y meine Dinge zappt. Meine... meine Kamerataste. Auf Y? Ich hab ihn verloren. Glaub ich. Oh mein Gott. Boah, das war knapp. Wär fast meine Rübe hängen geblieben. Ja, ja, ja. Scheiße. Der steht hier einfach rum, macht nix. Okay, ich kann auch einsteigen in unseren... Spaßmobil. Der ist doch schwerer als woanders. Wo sind die Nutten? Und den Koks? Müssen wir extra noch zu dir, Falbo? Wird so hoch. Das ist leider immer noch dieselbe alte Nutte. Die abgeranzte. Wär interessant, ob mehrere Nutten auch gleichzeitig da so können... Nutentreff bei Walvo. Das ist wirklich toll. Das war mal ein 오른es Loch. Das war ja so, dass ich mir auch viel Zeit singe. Das war ja wirklich so. Und wie ich mich nicht in den Bearcuker hatte. Und wie das war eigentlich noch so. Und wie das war. Das war ja auch schon. Ich habe das nicht so. So. Ich hab die Begriffe. Ich habe das nicht in einem neuen Triff. Das ist aber nicht. was...ne...never, oder? Kannst du euch die Tragefläche auch kippen? Gibt's da so'n Schalter? Das wär voll Arsch. Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Ne, wenn da brauchst du mehr... Ne, geht nicht. Einfach Wald hier rein. Weiß nicht, wo wir rauskommen. Ich zweifel, es war unter der nächsten Bahn. Wo ist denn der Kenny? Den haben wir grad überholt irgendwo. Hm. Guck, guck. Ich weiß, welche Straße wir auch gerade hier sind. Unterirdisch. Siehst du, wie viel Weg... Jo, jo, jo. Huiiii. Jo, bitches. Ich hab mein Auto wieder... Und nein, das brennt! Kann das noch jemand ausmachen? Ja, komm her. Ah, hier sind wir. Komm ich hier durch? Ich kann da nicht einsteigen, warum kann ich da nicht einsteigen? Jaaa... Okay. Passt. Hui. Jetzt ist er wieder drinnen gerutscht. Wie geil das da drinnen ist, er kenn ich auch auch. Warte mal. Ich muss wieder. Alter Aua, ich wurde von nem LKW überfahren. Was ist denn der Kenny jetzt schon wieder? Ich versuch zu ihm zu kommen. Irgendwo... Am Haar, schon glaub ich wieder. Wo ist der Kenny? Ich seh nicht. Guck mal, hier waren wir grad unterirdisch. Ah. Cool. Ich guck links, ich guck rechts, ich seh den Kenny einfach nicht. Wir sind doch gleich da, Mensch. Abgegriff. Ich bin ja ganz nervös. Ich laufe auf und ab. Ist schon ganz feucht unten rum. Oh kacke, er ist hier auf dem Elende. Scheiße! Da! Nee, eher kieselig. Ganz Kieselstern. Da steht er! Da steht er! Siehst'n? Da hinten! Doch. Jetzt siehst du noch. Ich komme! Ah ja, jetzt schießt er auch noch. Was? GURR! Du hast dann... Du hast dann ne Bakterie aufm Auto, ich mach die weg! Alter, wie sieht dein LKW denn vorne aus, ey? Bisschen zerschrottet. Hallo! GURR! SPRING RAUF! SPRING RAUF! Ich versuch's, warte! Ich nehm an Lauf! Sonst wär ich noch näher rangekommen. Oh Gott! Geiler! Oh Gott! Oh Gott! Könnt so nicht mehr, wa? Kann nicht jeder! Du musst doch warten, bis ich da oben drauf stehe, nicht die... Ja, nee, nee, genau das ist ich dann Kenny. Jetzt! Ich dich grad gemauelt hab, ey! Guck mir mal aus, ey! Guck mir mal aus, ey! Wie geil das aussieht hier! Wie echt sich geil an die Jungs da hinten! Guck mir mal aus, ey! Der mit dem Anzug und der mit dem Bale-Mantel! Guck mir mal aus! Guck! Guck! Dann braucht er einen Wunsch, Wurin! Ich weiß nicht, aber es macht Spaß so! Sucht euch was aus! Mach mal ein Screenshot von uns dahin da! Im Dreck! jetzt nicht lang ich bin die Reikon genau vor ist ja was Neues verheiratet man die da was okay du willst durchficken er hat er Boah. Vielleicht wollen die auch noch einsteigen. Glauben nicht. Die nicht mehr. Hey, mach den denn da. Du hast doch alles auf mich rausgeschmissen. Hey, ich muss mal keiner auf ihn rausschmeißen, wie geil ist denn das? Den Schuss doch nicht gehört, ey. Kommt man da eigentlich auch irgendwo weiter? Kannst du was auch sein, wenn du runterfliegst? Kommt irgendein Tunnel, irgendein Tunnel! Oh, das wird doch eine Brücke, ey. Guck, guck! Oh, das war auch knapp. Malmö, ich würde mal hinter dir gucken, an der Eiffel. Der schießt mir gleich in den Paramantel. Boah, das ist ein welches Gefühl. Knapp mit den Ampeln da. Oh nein! Der zieht auf meinen Paraschlapfen. Nein, es ist doch rot. Oh Gott! Also ich versuche dir mal durch die Beine zu schießen, ja? Fick dich! Oh Gott! Oh Gott! Aua! Aua! Oh Gott! Aua! 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 Das ist ja fast in die Buchsen eigentlich. Aua! 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 Nicht bewegen, okay? Boah! Alter, Jokerle! Entschuldige mal, ich muss die Cobra fahren! Fahr mal gerade aus! Jetzt! Ja, hier geht! Es geht nicht gerade aus! Jetzt schieß doch! Boah! Boah! Hast du Schaden gekriegt? Nee, er war ein Socken Schiss! So, Schiss! Ist hier nicht irgendwo ne geile Rampe, wo wir versuchen, einen Stunt machen können? Oh, den mal vorabladen können! Ich seh aus wie ne Kühlerfigur! Du bist ne Kühlerfigur! Du musst doch irgendeinen Stunt fahren gehen! Und! 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 Bäh! Ehm! Ah! Was denn jetzt passiert? Alter! Was macht ihr denn da mit mir? Ah! Oh mein! Das Fee hinter der Kind, das bleibt immer zurück! Das sah auch geil aus! Der Fett sagt ja da recht. Knall dich mal ab bitte! immer zu viel bei MacDoba, also wie Beißler Kenny, ich bin hier gern schön rum hier So, der ist mal Geschichte Oh Gott Alter, Joker Entschuldige mal Wo hast du denn Führerschein gemacht? Leute, achso, sorry Er ist schon wieder aus Kann ich die auch zwischen die Pfeile schießen? Kenny, oh mein Was war denn das schon wieder? Wollt ihr mal bitte aufhören, da hinten rumzuschiehen? Ich hab nichts gemacht, ey Kenny ist nach vorne gebounced So, ich versuch gleich ein Stunt, ja, wenn die drauf geht, muss ich mir noch lassen Ist der Fette genau ins Auto gelaufen? Stunt Stunt Oh, oh, Alter, das geklappt Oh, Gott Oh, Gott Oh, Gott Kann man da rüber, aber Hast du's überlebt? Ja Alter, das hätt ich mir auch nicht gedacht Das ist die Gänge, der nicht zu rüber rüber ist Warum? Mach den Kenny schon wieder Versuch auch mal da rauf zu kommen, Kenny Da ist relativ safe Okay, sorry dazu Ich bleib nochmal, probier nochmal, ich bin voller Fahrt hier Vielleicht klappt der nicht, wenn ich so ein bisschen Halt, schluck, schluck, schluck Wieder mit den Knaren, ey Oh, Gott, du bist da Ich hab geschossen, ich wollte auf den Typ, der da hinten am Boden liegt Schieße Ich bleib einfach da rum mit dir ein, ey HACH HAH Meine Randhinsen Hm 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 Meine Räume Heulen am Schwer Oh my God Fick dich Hm Ja ja Tu Räume 131, da gehen ja, äh, Sterni hier Wundert mich auch. Seid ihr ready? Ich denke noch. Stellt euch jetzt da oben wieder ruf, oder? Los. Aufs Bein geschlagen. Joko, ich habe ein Geschenk für dich. Er wieder am Schießendeste. Malmo steigt denn ein. Die Polen sind da. Du musst dir die Karte mal von vorne angucken. Wir haben vorhin die X-Beine. Malmo, wo willst du hin? Schaut lustig aus. Okay. Ich dachte du springst grad hier raus. Kenny, wo bist du? Bist du vorne eingestiegen? Nein, ich bin gar nicht da. Oh Gott. Wer ist denn jetzt das behinderte Kid? Wer ist denn jetzt das behinderte Kid, ey? Jetzt mach dich keine Freude. Jetzt halt dich fest da hinten. Und erschießt. Pass auf deine Ruhe auf. Ich versuch's nochmal. Hui. Habe ich sie abgehängt? Föller Lacher. Föller Lacher. Live in Vader. Lasst uns zum Golfplatz dübeln. Aber kommt man hier eigentlich ein Stück ins Haus? Und? Und? Ach, scheiße. Nein. Ah, dauer. Hier können wir rein. Das wird zu eng sein. Das wird zu eng sein. Geht doch nicht mit der Karre. Hallo Mr. Keeper. Oh Gott. Aua. No. Alter. Oh. Ich räche dich. Nein. Wir müssen doch alle drei deinem Leben. Ich komme wieder. Nein. Er hat sich die 7000 Ocken gekrallt. Habe ich? Ne. Walbro hat sich. Du hast doch... Oh ja. Stimmt. Okay, wie ich hier... Kann ich hier keine Waffen benutzen aufm Golfplatz? Äh? Äh, das gibt's nicht. Ich dachte wir rennen hier von den Bullen weg, da bin ich schon wieder mit Schrot vollgepumpt. Ach so, okay. Ach so. Ich kann hier keine Waffen ziehen. Ich dachte er wollte jetzt wie ans Leder. Hast du vielleicht ja keine Waffen mehr? Ja keine Munition mehr? Ich kann auch nicht schlagen. Oh ne, du bist in deinem Dingsmodus. Den passivs Joker vorher hatte. Du bist unsichtbar. Ähm, Kenny, da musst du mal auf Online. Ach so, okay. Ja. Und... Dein passiv Prozess deaktiviert. Ach alles klar. Aber die Bullen abgehängt. Da hat er den Passivmodus deaktiviert. Fick dich. Da hat er nicht aufgepasst. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Jockel Gockel Gockel Gockel. Scheiße. Juckel Gockel Gockel. Nr. Nr. Oh, ich bin mit dem Wasser. Ich werde nicht spielen. Es gebe die wieder Platz zu Vidal. Okay, was sollen wir jetzt machen auf dem Golfplatz? Golf spielen. Du, kein Luther. Ja, aber wo startet man denn? Das Golfspielen? Da, wo das Holz. Oh nein, Golfspiel will ich aber nicht. Hm. Das machen wir sonst. Könnt ihr uns gerne zu zweit machen, dann kann ich mir wieder Photoshoppen. Wir hätten in unseren Sprung. Gerade im Springen. Du blöder Sackdorfer komm dir voll in die Fresse hier. Komm dir voll in die Fresse hier. So, nicht schlecht. Und nochmal nachdrehen und nochmal voll den Beinen krumm machen. Dann wüsste man auf jeden Fall stärker sich. Okay, was wollen wir sonst machen? Hä? Oh ja. Ahhhh. Ahhhhh. Ahhhhhhh. Hhhhhhhhhhh. Bè. Gibt's da also Golf Caddys oder irgendwas? Ihm. Fahrzeuge? Ja. Aber ob die jetzt hier gerade? Wo stehen sie? Das wär voll geil Hier, hier stehen sie Ja? Kann man die klauen? Wir waren schon mal erfahren hier, da drin, den Dingern Die sind voll monströsen schnellen Ich nehm den blauen Oh du dumme Sau Oh, Kuchen Schaff ich den Sprung? Schaff ich den Sprung? Äh, schaff ich den Sprung? Oh, ist durch Das ist so gemein Ist durch Monster-Stunt weg Ja, oh fuck Oh, hat's aber erreicht abgeschlossen Juhu Kannst du deinen Monster-Stunt probieren? Ich hoffe, wenn ich nicht immer weggefickt werde Der Innere Weg Dumme Sau Warum springt die denn hier nicht rüber, ihr Dubel-Stunt? Ja, sorry Wir können die da nicht rüber springen Wo denn rüber? Über die Weiße Über die Burke Nimm mich mit So, Monster-Stunt Die Team-Flammen nimm mich mit Aua Achso, das ist ne Lady Hier, Walvo Walvo, willst du meinen? Walvo Walvo Darüber, oder wie? Von der Seite kenn ich jetzt nicht Denn Zählt nicht alles Nur von unserer Seite? Nur von der Seite, ja Und wie viele, ähm Dings braucht man? Wie viel Anlauf? Na halt so, dass du da hinten nicht auf die, an die, ja Obere Kante da ran springst, dass das Deine Karre da so verwechselt, dass du nicht auf alle vier Rädern aufkommst Was ist denn los, Kenny? Ne, war aber echt grad keine Absicht? Das war das Schuss Da Der Rasen muss hier auch mal hier mit werden Da fährt der Walvo Ja, komm in die Rippen, wach Oder darf ich das da verstehen Oh, hier sind die Bullen kommen doch rein aber wie sich wen so von uns verfolgen hier gerade mich hilf mir Kenny hilf mir was macht ihr denn da ich helf euch oh man was macht ihr denn da jetzt hatte Kenny die Kopf an der Backe nö hier ist noch ein Geronimo's Cadillac oh Gott wo ah hurra ja ich musste aber auf die Seite rück jetzt hier gerade also dir nachfahren ja aber bitte nicht über mich über den Haufen schießen und hier rüber und hier rüber die Kurve ok jetzt zurücksetzen der 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 guten Tag auf dem Wasser klar Kuhl die Pfahl hast du mit denen aus? oh man und da ist das nächste Ding, passen ich rate dich mal, wo bist du? ich geh du bist ja gar nicht mehr im Auto wie gelochten Näs oder so so ein Monster was da taucht shit wo warnten die anderen Buggys? ist keine Ahnung damit müssen wir wieder zurücklaufen sind alle abgesoffen mittlerweile liegen da schon vier Dinger unten musst du mir folgeln hier lang da ist ein Buggy Bugggy, Bugggy, Bugggy hier Walvo, nimm den oh er war für dich außerdem sind die Bullen hinter mir her wegen dem Bugggy? du fragen können denn jetzt die Uhrzeit hier holen wir den Nächsten noch mal da ist schon geil wie die KI-Leutchen hier den äh abstellen da kommen die Bullen da kommen die Bullen oh Gott, nein hast du? ne aber lebst noch Buggy lebt doch ich stell hier mal noch ein Buggy ab ja für den Notfall hey Bullerei wehe du fährst mir in die Karre shit ne es klappt irgendwie nicht habt ihr beide abgeschlossen? ich hab's beim ersten Mal geschafft war selber überrascht oh Gott dahinter befand sich wohl Wasser ok wo war der andere? ähm hier wo ich jetzt am Wasser lang renne hier wo ich jetzt am Wasser lang renne da wo ein Kind gucke ah ok danke oh scheiße Bullen komm der muss weg tschüss guten Tag Herr Officer ist hier lang oh Gott die schießen die schießen auf mich aber es ist so ein Caddy eigentlich in die Garage stellt so muss man versuchen mitzunehmen und klicken ob sie hat geklappt also abgeschlossen nice ach man schön war das oh ja wie lange haben wir nicht gespielt ey ganz schön krass lang zwölf Stunden ungefähr könnte hinkommen so ich bin im Apartment schauen wir mal ob ich das Golf Caddy parken könnte ich sag mal nein kann nicht geparkt werden fuck aber das schöne Golf Caddy auch wenn wir mal haben oder die 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 Untertitelung des ZDF, 2020